Hast du schon mal durch eine dicke Milchglascheibe geschaut? Genau so sehe ich die Welt. Du bewirbst dich beim Bayerischen Hof und du willst es verschweigen? Ja. Nur wegen meiner scheiß Augen gebe ich meinen Traum nicht auf. Aber wie soll denn das gehen? Ich werde üben. Dann darf ich Sie bei uns begrüßen. Danke. Herr Karrer, warte. Mein Name ist Fred, ich bin der Personalleiter. Entschuldigen Sie. Max Schröder. Unser Termin war für über eine Stunde. Vollsperrung, ich kam wieder vor und noch zurück. Haben Sie vielleicht im Radio gehört? Ich hab's gehört. Schätze Sie als ehrlichen Menschen ein. Ich freue mich, Sie bei uns im Team begrüßen zu können. Danke. Keiner hat was gemerkt, der mir die ganze Zeit gedacht, dass ich ganz normal sehen kann. Wusste, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Siehst du also, bitte verrate keiner. Das kann ich nicht. Du solltest sie jetzt mal sehen. Links. Wäsch. Sorry, sieben Stufen. Aua. Ich bin übrigens Hani. Hier, Frühstück ist da. Sieht das nicht verführerisch aus? Sehr verführerisch. Wir hatten alle durcheinander. Ich kann mir das heute nicht merken. Vielen, vielen Dank. Überhaupt kein Problem. Wo ist er denn? Da, im Sandkasten. Du bist kurz davor, das ganze Kartenhaus, das hier so mühevoll aufgebaut ist, mit dem Arsch wieder reinzureißen. Sally, was ist los? Was kann ich sagen? Mann, Sally, such mit! Ich kann nicht mit suchen. Ich kann nicht sehen. Das war immer mein Plan. Lassen Sie mich zeigen, dass ich es schaffen kann. No way. Was willst du? Ja! Ich werde das Träum nicht aufgeben. Auf keinen Fall. Ja!